Die Katamarane CAT 2014 und CAT 2016 der britischen Firma Roaring Solutions sind als Begleitboot für den Rudersport konstruiert worden. Der CAT 2014 verfügt über einen 10 PS und der CAT 2016 über einen 15 PS oder 20 PS starken Vierzylinder-Mercury-Motor. Der 12-Liter-Tank reicht von 100 bis 160 Kilometer. Das verwendete Material ist Aluminium und 10 mm dickes Polyethylin, das sehr robust und belastbar ist. Außerdem hat der Kunststoff so gut wie keinen Verschleiß und eine Oxmose findet nicht statt. Der Katamaran kann somit das ganze Jahr über im Wasser gelassen werden. Die einzige Sache, was man tun muss, ist, dass man das Motorrad aufbaut, wenn es viel Eis gibt. Wir haben sie in der Mississippe, wo es zu minus 40 Grad geht, und sie lassen sie auf den Böcken, entzündet, entzündet, und sie kommen aus dem Eis. Roaring Solutions vergibt außerdem eine dreijährige Garantie auf den Bootskörper. Beide Modelle sind bis zu 32 Stundenkilometer schnell. Sie sind wendig und sehr gut zu steuern und sie verfügen über einen 4 Meter Wenderadius. Daher eignen sie sich besonders gut für Wasserrettungsaktionen. Aufsteigen auf dem Boot ist eigentlich, denke ich mal, für jeden, der etwas sportlich ist, ganz einfach zu vollziehen. Ja, selbst so der aufgeblasene Weste, hat man ja gesehen auf dem Video. Der große Vorteil ist die Möglichkeit, die Menschen auf eine Plattform zu drücken, statt zu versuchen, sie in einem Boot zu drücken. Wir haben eine Rettungsleiter an dem Boot dran und das hilft uns natürlich, die erschöpften Ruder dann sofort aus dem Wasser zu kriegen. Der kommt dann noch selbstständig hoch. Das haben wir bisher in der Qualität wirklich nicht gehabt. Auf dem Cat 2014 haben bis zu zwei Personen und auf dem Cat 2016 drei Personen Platz. In besonderen Rettungssituationen können aber noch mehr Menschen auf dem Katamaran transportiert werden. Mit 200 Kilogramm Gewicht beim Cat 2014 und 255 Kilo beim Cat 2016 können die Katamarane auch problemlos mit dem Auto auf einem Anhänger transportiert werden. Auch das ins Wasser lassen der Katamarane kann problemlos von zwei Personen durchgeführt werden. Wir haben gute Erfahrungen. Vor allen Dingen haben wir hier gute Erfahrungen am Kanal. Das Boot ist auch leicht zu transportieren. Das Boot liegt gut im Wasser und wir haben wirklich keine Welle. Das ist aus unserer Erfahrung wirklich ein super Boot. Die Katamarane sind widerstandsfähig, robust, besitzen eine gute Manövrierbarkeit, haben einen geringen Verbrauch, erzeugen wenig Wellen und sind somit eine sichere und preiswerte Lösung als Begleitboot für den Rudersport. Das Boot ist er mit einer geringen Verbrauch